hallo ich bin dirk verwein herzlich willkommen zu meinem neuen video black friday steht vor der tür und da da wird der jäger wieder geweckt in einem wo gibt es die meisten projizente wo kann ich eventuell noch ein schnäppchen machen das lang ersehnte objektiv endlich in bezahlbare bezahlbare reichweite ja das ist schon alles sehr verlockend und ja da möchte ich aber ein bisschen euch an meinen erfahrungen teilhaben lassen aus jahrelanger black friday erfahrung dass da vielleicht nicht immer überall ein schnäppchen hinter steht und wie man es vielleicht vermeidet da ja vielleicht nachher doch die ernüchterung zu spüren dass das schnäppchen eventuell kein schnäppchen war und eventuell auch zu einer anderen zeit hätte günstig erworben werden können das video hier ja da werde ich euch neuen tipps geben worauf ich da so einigermaßen immer versuche darauf zu achten hier gibt es aber keine aktuellen preise die werde ich euch auf meinen instagram kanal bei entdeckung sofort gerne posten da könnt ihr gerne mir auf instagram folgen da werde ich die nach und nach in diesen kommenden wochen immer mal wieder posten also wenn euch preise interessieren gerne da darauf zurückschauen heute geht es um ein paar tipps nicht vollständig wenn ihr besser habt oder noch ergänzen wollt gerne in die kommentare hier gibt es meine neuen tipps wo ich mich immer mal auch wieder versuche selber daran zu halten fangen wir gleich an tipp 1 tipp eins ist eigentlich ja weil ich ja recht und geduldiger mensch bin wie viele von euch ja wissen black friday ist immer sehr lange hin deswegen stelle ich mir für artikel die ich ja mal einfach unbedingt haben möchte und die ja nicht unbedingt in meiner preis range gerade sind ein preis alarm das geht bei idealo da kann man sich einschicken einstellen bei heise gibt sowas auch da das sind die üblichen preis vergleichs plattform und die schicken einem dann wenn der entsprechende alarm erreicht ist ein entsprechende eine entsprechende e mail ihr werdet dann informiert hier hallo dein preis ist erreicht und ja dann kannst du auch außerhalb des black fridays vielleicht das ein oder andere schnäppchen machen für ungeduldige halt die nicht auf black friday warten wollen vielleicht ein ganz guter tipp und wir starten leicht durch mit tipp 2 tipp 2 ist natürlich auch recht wichtig aus meiner sicht weil wie oft stelle ich nachher fest wenn ich den artikel dann bestellt habe zu hause geliefert bekommen habe und denke ach so günstig war der jetzt eigentlich auch nicht zu dem normalen regulären preis der marktüblich ist da hat der händler eventuell ein bisschen mit der listen mit dem listenpreis gespielt möglichst große differenzen erzeugt damit der preis möglichst gering aussieht aber der marktübliche preis ist vielleicht gar nicht so sehr davon entfernt was der eigentliche preis am black friday war deswegen der tipp prüft die preise vor dem weil black friday ist auch immer eine hektische zeit und man meint das vermeintliche angebot das ist es jetzt jetzt hat der große händler amazon saturn media markt oder jemand anders den preis gesenkt 50 prozent 60 prozent 70 prozent sind ja keine seltenheit mehr aber wenn man dann vorher sich mal ein paar tage darüber informiert hat wie der eigentliche marktübliche preis ist das stellt man schnell fest das vermeintliche schnäppchen ist ein dauer niedrigpreis zu den preisen kriegt man das fast immer beziehungsweise die ein oder andere aktion reiht sich bei dem ein oder anderen hersteller ja auch aneinander von daher immer schön vorher die angebote prüfen und im kopf haben was es denn so marktüblich eigentlich kostet gehen wir gleich weiter zu tipp 3 so der gewünschte preis ist bei meiner wunschplattform erreicht jetzt bestelle ich sofort jetzt habe ich das schnäppchen gemacht jetzt habe ich meinen artikel bald zu hause zu einem erschwinglichen preis aber vorsicht dieser erschwingliche preis der kann vielleicht auch noch von dem einen oder anderen händler unterboten werden auch wenn zum beispiel preis vergleichsplattformen nicht tagesaktuell in dieser schnelllebigen zeit immer die preise anzeigen können lohnt sich doch auch mal bei seinem fotofachhändler oder anderen fachhändlern mal direkt anzufragen was kostet denn der artikel gerade bei dir ich habe den hier bei einer großen plattform gefunden deutlich günstiger als sonst kannst du da die aktion eventuell mit geben ich würde eventuell lieber bei dir bestellen oder vielleicht tut der händler auch noch ein paar goodies dabei oder was auch immer da gibt es ja die verschiedensten möglichkeiten mittlerweile da den preis aktuell angenehmer zu gestalten so muss ich sagen und ja also nicht einfach den erstbesten black friday preis schlucken sondern wirklich auch mal gucken was rechts oder links dann noch an aktionen drumherum passiert weil die sind meistens nicht auf einen händler bezogen die sind über den ganzen markt verteilt von daher schaut euch das ganze etwas genauer an und dann gehen wir auch schon weiter zu tipp 4 tipp 4 ja das kennt ihr vielleicht da gibt es ja bei dem einen oder anderen artikel zum beispiel bei amazon ja und noch mal einen haken gutscheine einlösen da kann ich noch mal zehn prozent extra bekommen oder bei payback gibt es dann noch mal zusätzliche punkte in dieser zeit was natürlich sich dann auf den netto preis irgendwo die dann zu bezahlen habe in der unter dem strich dann auch positiv auswirkt und ja der ein oder andere anbieter hat auch ständig irgendwelche gutschein aktionen da lohnt sich immer auch mal den namen des händlers in google einzugeben er wird zusätzlich zum wort mit dem wort gutschein ergänzen um dann zu gucken ob es da noch eine gutschein aktion gibt von daher da kann man vielleicht noch sogar den ein oder anderen euro extra machen sollte man auf jeden fall im auge behalten und schauen dass man da vielleicht dann noch ein euro mehr machen kann die aktion laufen nämlich zusätzlich zu black friday oft noch nebenher weiter ja kommen wir zu tipp 5 der nächste tipp ja leidiges thema lieferkosten lieferzeiten versandkosten ja ihr seid vielleicht als amazon prime kunde gewohnt versandkosten frei zu bestellen jetzt ist aber der artikel bei saturn eigentlich billiger ja was tun mal schnell bestellt und nachher im warenkorb zum schluss gemerkt dass da noch 8 euro 95 versand und lieferkosten drauf kommt das sollte man auf jeden fall immer beachten welche aktion man weil man da irgendwo prime mitglied ist oder andere gute karten hat dass man da den preis den mann unterm strich bezahlen muss wirklich im auge behält und nicht einfach den einzelnen artikelpreis betrachtet eventuell lohnt sich auch das kombinieren mehrerer artikel um die dann bei einem bei einer plattform zu kaufen weil man dann versandkosten spart oder mindestbestellwert überschreitet damit man dann nachher die versandkosten spart da sollte man auf jeden fall darauf achten ganz wichtig auch thema lieferzeiten was nutzt mir ein artikel der zu als weihnachtsgeschenk gedacht ist aber erst im januar geliefert wird so er zum beispiel bei dj osmo pocket 3 nd filtern die habe ich vor ein paar wochen bestellt jetzt lieferzeit öfter mal auf januar geschoben und solche sachen gibt es auch schon mal öfter gerade beim black friday wo die nachfrage doch besonders hoch sind sachen schnell auserkauft und im shop noch als lieferbar gekennzeichnet in der auftragsbestätigung sechs wochen lieferzeit ausgewiesen da muss man immer mal darauf achten schaut genau nach was euch der händler da verspricht ob es auch nachher in der entsprechenden bestätigung so vermerkt ist damit ihr nachher kein böses erwachen habt wenn der artikel nachher viel zu spät kommt und ja gehen wir schon weiter der nächste tipp wartet nicht lange auf sich tipp sechs händler schicken auch nicht unwichtig es gibt eine ganze zahl mittlerweile an fake shops sie geradezu black friday die hektik ausnutzen und euch mit lukrativen preisen die so ein bisschen unter den normalen preisen und marktüblichen preisen unterwegs sind locken und nachher seid ihr eventuell geld los oder auch ja habt den artikel bestellt und wartet monatelang auf den artikel weil ein kleiner blick im impressum der laden der sitzt direkt im hongkong die ware sitzt fest im zoll oder was da auch mal alles so passieren kann bei der adresse im internet heißt noch lange nicht dass die der händler auch in deutschland ansässig ist wenn er in europa sitzt ist es noch ganz gut habt ihr noch möglichkeiten aber spätestens wenn der im außereuropäischen ausland sitzt muss man aufpassen dass man auf solche shops nicht rein fällt ich schreibe euch in die beschreibung dieses videos noch einen einen link von der verbraucherzentrale da werden shops nach fake aktivitäten geprüft da gibt es eine checkliste die gucken nach dem impressum und so weiter und so fort ob das eventuell kritisch ist der laden wo er bestellt gerade beim black friday immer wieder beliebtes thema seid besonders vorsichtig nutzt diesen link den ich euch unter dem video packe und prüft gerade bei erstbestellungen bei den shops ob da wirklich ein seriöser händler hintersetzt tipp 7 die heiß geliebten bezahlmethoden ja die meisten wollen ja vorkasse oder was auch immer haben seite besonders vorsichtig mittel der wahl ist natürlich paypal mit händler absicherung oder kreditkarte wo man das geld zur not auch noch zurückgehen lassen kann aber alles andere sollte man schon ein bisschen argwöhnisch betrachten und aufpassen gerade wie gesagt auch wieder bei erstbestellungen gibt mittlerweile gute sachen wie klar nah und wie gesagt paypal und andere dienstleister die die zahlungen absichern können da müsst ihr auch gerade in diesem bereich jetzt aufpassen mit vorkasse mit kreditkartenzahlung dass ihr da nicht auf nepperschlepper und bauernfänger rein fallt bei gerade zu solchen zeiten sind die gerade besonders aktiv der weihnachtsstress lässt grüßen das besonders lukrative angebot was ja nur die nächsten zwölf stunden noch gut gültig ist 30 prozent unter marktüblichen preis das lockt natürlich die leute und da wird der ein oder andere unvorsichtig ihr bitte nicht passt auf womit ihr bezahlt damit ihr auf jeden fall euer geld in sicheren wegen unterwegs habt tipp 8 ja keine eile wie gerade schon bei den bezahlmethoden angekündigt oder darauf hingewiesen lasst euch nicht unter druck setzen wir leben nicht in der mangelwirtschaft die meisten artikel kommen irgendwann wieder auch zum günstigen preis bleibt besonnen und haltet einen kühlen kopf ich weiß das ist immer schwer gesagt aber seid versichert jeder artikel wird irgendwann mal im preis sinken und dann auch wieder zu vernünftigen konditionen zu haben sein auch wenn jetzt irgend einer sagt das ist jetzt nur dreimal verfügbar zu dem und dem preis und bald ausverkauft oder was auch immer la nimmt euch die zeit bleibt cool guckt wo der artikel eventuell noch günstiger ist ist das ein preis der einigermaßen üblich ist auch bei zum black friday kann man das dann noch machen aber lasst euch nicht unter druck setzen und vorzeitig eine bestellung oder gar eine bezahlung auslösen damit das geld und alles andere auch in sichere bahn läuft und ihr euren artikel zum gewünschten preis auch nach in den händen haltet tipp 9 wir sind schon am schluss von dieser kleinen rallye durch meine tipps und wo ich mich immer versuche auch selber dran zu halten das ist auch die versand und rückgabemöglichkeiten wenn euch der artikel der man nicht gefällt und da sollte man auch wirklich schon bei der bestellung darauf achten auch wenn man da eigentlich ja nicht von ausgeht dass man artikel irgendwann mal wieder zurückschickt aber wie oft passt was nicht wie oft ist es dann doch nicht der richtige artikel und ihr müsst was zurückschicken und selbst bei amazon mittlerweile artikel die über 300 euro sind 14 tage könnte da pech haben und auf euer geld warten bis es zurückerstattet wurde also da werden die händler auch immer vorsichtiger auch verständlicherweise bei den rücksehende quoten heute aber dann muss man wirklich schon gucken übernimmt der händler die rückgabekosten wie lange dauert es mit der rückzahlung gibt es da vielleicht schon in irgendwelchen rezessionsportalen hinweise darauf dass das vielleicht bei dem einen oder anderen hinter schlecht läuft bei was bringt euch ein super schnäppchen was dann nachher doch unerwünscht ist 4500 euro gekostet hat und jetzt muss es zurückgeschickt werden und ihr wartet tage wenn ich wochen lang auf die rückerstattung also auch da sofort bei der bestellung schon mal ein bisschen darauf achten wie gut sind denn diese ganzen modalitäten gehandhabt muss ich es vielleicht irgendwo gott weiß was zu eigenen kosten noch wegschicken bevor ich mein geld überhaupt wieder sehe und so weiter und so fort damit da kein böses erwachen gibt und ihr selbst wenn es dann nicht gefällt eine möglichkeit habt das ganze ordentlich zurückzuschicken das war schon neun kleine tipps die auch ich irgendwann mal übel lernen musste weil natürlich bin ich auch schon mal selber auf sachen reingefallen natürlich habe ich auch schon mal fake shops gesehen wo danach im impressum hongkong stand aber alles wie ein deutscher laden aussah also von daher ich habe heute euch versucht hier aus meinen einzelnen meinen eigenen erfahrungen ein bisschen ein paar hinweise zu geben damit ihr nicht auf irgendwelche nepper schlepper bauanfänger reinfällt und viel spaß an eurem black friday schnäppchen habt und ja natürlich könnt ihr auch beim black friday cyber monday und was es da nicht alles gibt ein schnäppchen machen aber man sollte da immer einen kühlen kopf bewahren und auch gucken ob es wirklich das schnäppchen ist was man wirklich braucht und ja brauche ich den artikel überhaupt wie oft landet irgendein blödsinn nur weil es 20 prozent rabatt gab zu hause und wird dann nachher nicht mehr gebraucht ich hoffe das ganze konnte euch ein bisschen weiterhelfen ihr kennt das alle daumen hoch abonniert den kanal aktiviert die glocke in der keinsmann zukünftig videos verpassen wollt und ja ich bedanke mich für eure aufmerksamkeit bis abonnieren und sage tschüss bis zum nächsten mal